Zum Tag des sportlichen Ehrenamts hat der Landkreis Friesland am Donnerstagabend im Schlossmuseum Jefa drei Sportler für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement in ihren Sportvereinen ausgezeichnet. Landrat Sven Ambrosi überreichte an Steffen Claudius aus Schortens sowie Dirk Nattke und Horst Werner Orten beide aus Fahrel Ehrenurkunden. Der Landkreis hatte alle Vereine Frieslands dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen, aus denen eine Jury die zur Ehrung vorgesehenen Sportler auswählte. Die Ehrung soll nun alle zwei Jahre in Friesland stattfinden.